So, für heute machen wir mal was Helleckers. So lecker Melk. Das ist aus Mode, die man macht jetzt. Da ist ihm so ein bisschen Hefe, ein bisschen Laubarn-Milch, und dann lassen wir das ein bisschen Riesen. Das wird dann fein Sammig geworden. Ich dachte, das ist mal ein. So fein Sammig muss das werden. Dann habe ich 2 kg Mehl drin. Hier ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Zucker für die Hefe. Oder für das Gär. Ein bisschen Öl. Und dann kommt noch ein bisschen Melk rein. Und mit dem feinen Masse geworden. Und wo das irgendwie gut so ist, das wissen wir. So, und wieder geht. Nun nehmen wir eine Hälfte hier an. Und dann noch ein bisschen halbieren. Hier. Und dann schnappen wir mal so ein bisschen. Und wieder nehmen. Den machen wir anrosinen. Das ist eine Rosin, die habe ich über Nacht. Ehm so ein bisschen den Appelsaft inlegt. Und das dann trägt mit Topfel Feuchtigkeit. Und den Melkblut, ne. Und dann ist den Melkblut so draug. Natürlich. Warum sehen die anderen nicht mehr. Oh, was ist die Melkblut fein saftig. Ja, da kommt bloß nicht. Kijk, warum hat man das auch nicht mehr so macht. Aber ich dachte vor dem. Ehm so ein bisschen den Appelsaft inlegen. Das sind die anderen. Das ist die Rosin, die sind die anderen. Das sind die anderen. Und dann, das ist das, wo den, wir haben einen Schmerz. Und dann, das ist das, wo den, wenn man das, wo den, das hat, das ist, wo die andere Böden. Die Leute sind, wo die Fügel sind, wo die Böden. Das ist alles, was ich bin. Und dann, wir kennen die Mange auch, wo die Böden. Ich sage ja. Das ist für das zwei Kilometer mehr. Das ist für das nichts. Da habe ich weggemacht mit 50-Pont-Mehl und da ist die Nogenbalkaar. So, dann kommt wohl die Deckel dicklich ab und dann bin ich von ihm an. So, und dann haben wir ihn hier so fein. Und dann haben wir hier so fein, hier so achten aufarmt, so rieseln. Als Oma hat er acht Nogenbalkaar drauf. Und nach der Hand, wenn er ein schönes Ries ist, ein fein Uppgang ist, dann darf man den Föder zu kaufen, damit die Gerväude. Und nun trennen wir den noch so, als Oma hat er noch mit mir her. Früher gab es ja kein Pudding-Polver, hier. Da hätte ich meine Eier ein fein Träns. Von dem Wetter, da war Eis nicht vermacht. Von dem anderen, war der Pudding, fein Gehl. Ein fein abrühren, ein bisschen Zucker, Melkkauchen laden und dann rennen wir mit. Und dann ist sie wunderbar. Ja, das hat Oma dann macht er mir. Wird raus. So, dann haben wir die zwei Eier im Tränen. Das wird hier drin. Ein bisschen Zucker drin. Und dann, wenn das ein fein Stief schlauen. Und dann, wenn das ein fein Stief ist. Dann kommt diese Sack hier. Dann gibt es noch ein bisschen Melk. Und dann gibt es noch ein bisschen Melk. Und dann gibt es noch ein bisschen. Und dann gibt es noch den Fein hier. Und das war der Pudding. So fein Goldge Grill. Die Löwen war lecker da, das nicht. Aber naja. Für das ist die moderne Frauen. Die normale Pudding-Polver nicht. Aber ich nehme das noch so was auch man macht hat. Socke. Ein Schneider dör. Wunderbar. Und dann hat man ein viel Gymnas. So und wieder geht. Und wir diese gut. Nun nehmen wir das Alkan Mälk und der Bord. Du musst halt noch ein kragen, oder? Oh. Den guckt ja den habe ich noch nicht. Den haben wir mit dem. Wir haben hier ein Ruhl, ein Zack. Das ist ein Ruhl, das ist ein Ruhl, das ist ein Ruhl. Ich bin ein Ruhl, das ist ein Ruhl. Das ist ein Ruhl. Okay, und ich habe das noch weiter. Ich habe das ein Eier in. ein bisschen meld, ein bisschen meld oh kiek mal dem wo fein er mal legt kiek dem was wo fein deckt er da das kiek mal rein kiek und nun kommt da noch ein bisschen eis neben hier das hält wirklich ein fein drunter hier fein locken fein ist auch ohne kämt das wäre doch besser wenn wir noch rühreleppe machen und dann löp ich hier rein was für lecken meldpud mit pudding dann bitte andermal nicht hält den decken dach das ist ja das ist ja das ist einfach fügt oder das ist einfach